Revolution Events präsentiert Das Stadtfest Seekirchen 2012 Das Stadtfest Seekirchen ist für mich immer was ganz Besonderes, wenn man davon ausgeht, dass ich genau hier zur Schule gegangen bin, da wo immer die DJ-Bühne steht. Ich bin natürlich immer schon am Stadtfest in Seekirchen gewesen, seit es das gibt, meiner Meinung nach jetzt seit 10 Jahren, denke ich, ist das. Also man muss schon sagen, jedes Mal, wenn wir uns Videos oder Fotos vom Stadtfest Seekirchen 2011 anschauen, dann kriegen wir fast ein bisschen Gänsehaut. Das war wirklich unglaublich. Als wir hier die Bühne betreten haben, ein Stereoism-Film und die tausend Menschen bis dann ganz nach hinten zur Post gesehen haben, haben wir uns echt gedacht, das ist einer der Momente in einem Leben eines DJs, den du sicher nie vergessen wirst und genau so warst. Ich weiß genau noch heute, wie ich mich gefühlt habe. Gänsehaut, Feeling pur. Es ist natürlich nicht leicht, das dann zu toppen, aber wir sind am besten Wege. Eins verspreche ich euch, heuer setzen wir noch einen drauf beim Stadtfest Seekirchen. Fünf Bühnen, zehn Bands, über zehn DJs. Stadtfest Seekirchen 2012 Samstag, 7. Juli Seekirchen am Ballersee Darius in Finlay Rollercoaster Valenciano Sanchez Lucky Strikes Back Alcatraz Benjamin Zane Laterneltreo und viele mehr. Ein Moment, wo sicher auch viele, viele, viele Leute in Seekirchen Gänsehaut bekommen werden, ist, wenn die drei, die genialste Austria-3-Coverband, die ich je gesehen habe, die schauen nicht nur so aus wie Austria-3, sondern die haben genau die gleiche Stimme und singen ähnlich perfekt. Wenn die am Stadtplatz, am Robertusplatz, I am from Austria singen, da bleibt garantiert kein Stein auf dem anderen und das sollte man gesehen haben, heuer am Stadtfest Seekirchen, am Samstag, 7. Juli. Stadtfest Seekirchen 2012, Sonntag, 8. Juli, der Familientag. Also, wie könnte man sich das anders vorstellen? Ich freue mich natürlich ganz besonders auf den Familientag am Sonntag. Ja, wir von Repo Salzburg werden natürlich auch das Seekirchener Stadtfest mit unterstützen mit unserem Fanpark und folgenden Tools, dem Speed-Control, dem Shootout, dem Top-Kick und natürlich auch der T1-Bulli wird da sein. Und ja, mit den Kindern machen wir so wie Koffertragen, Gießkannentragen, Kumpelruhen, Bierfassrollen, Hindernisparcours. Dann müssen die Kinder versuchen auch ein Auto einmal zu ziehen und dann zusammen, zusammen sind wir noch stärker, wird der Franz Müller zuerst einen LKW ziehen, alleine und dann werden die Kinder gemeinsam mit dem Franz Müller, mit dem stärksten Mann der Welt, einen LKW zusammenziehen. Hier ist Alex Zickler. Hallo, hier ist der Findli von Darius & Findling. Hallo, grüß euch, da ist der Strongman Franz Müller. Wir sehen uns am Stadtfest Seekirchen 2012. Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli in Seekirchen. Es wird unglaublich. Stadtfest Seekirchen, Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli 2012. Tickets für das Opening am Freitag mit DJ Antoine auf oeticket.com und in allen E-Ticket-Vorverkauf stellen. www.stadtfest-ekirchen.at Powered bei Raiffeisen Club, Zipfer und Kronenzeitung.